But don't get left behind on the road Hallo, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Spongebob, Patrick und Cara. Und wir spielen heute Begriffe Erraten und Cara ist schon toll drin. Die hat Musik auf den Ohren und dann geht's auch gleich los mit dem ersten Begriff. So. Cara, kurz mal weggucken, bitte. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Erster Begriff ist der hier. Kuckuck. Kassettenrekorder. Nochmal. Kassettenrekorder. Das ist aber lang, das Wort. Ja, ganz schön lang. Sind das zwei Wörter, dann langsam, bitte. Kassettenrekorder. 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 Mit A irgendwas. An. K. 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 Erster Begriff. Kassettenrekorder. Oh bitte nein, wieso haben wir denn das erfahren? K. K. Settetrekorder. Ja, das K kannst du ja gar nicht lesen. K. Du denkst ja in A. Ich habe versucht K anzudeuten, aber... Du hast ja alles mit der Suppe gemacht, Alter. Also links oben muss plombiert werden, ja? Nee, das ist vor kurzem noch alles gemacht worden. So, ich habe es nicht geschafft. Santi ist gelaufen. Man kann übrigens die nächsten lesen von hier aus. Ich möchte gerne das vierte haben. Dann nehmen wir das vierte. Nee, das vierte. 1, 2, 3, 4, also ja. Okay, alles klar. Mach weg. Hast du mit Stimme gesprochen oder ohne? Ja. Hat er Musik drauf? Sorry, ich habe zuerst eine Warte. Hörst du mich? Hat er Musik? Okay. Co-ca-co-la. Scho-co-la. Aber es war nicht schlecht. Moment. Co-ca-co-la. Nochmal? Co-la. Ja. Ja. Super. Ja. Ja. Das war gut, ihr Lieber. Das war gut. Sehr gut. Ich habe dich aber gehört, das Lied fing gerade erst an. Und bevor du es gesagt hast, habe ich ein bisschen was gehört. Weil da kann ich keine Musik drauf haben. Ah, okay. Dann fängt das Lied wieder an, wenn dann volle Pulle ist. Was? Aber wenn jetzt gerade nicht. Wenn jetzt gerade nicht. Nee, ich habe noch gar keine Musik drauf. Okay. Das habe ich jetzt gesehen. Aber du hast. Aber Santi. Nimm einen anderen. Nimm einen anderen. Santi hat das ganz ehrlich gemacht. Guck jetzt nicht hin. Ja. Ich habe überhaupt keine Musik drauf. Aber er muss Musik haben. Ja mach mal. Musik. Ich will Musik. Ohne Musik geht ja gar nichts. Denn du kennst alle meine Farben. Ja. So, das wäre das Wort? Ja. Okay, warte. 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 Noch nichts sagen. Sag ja noch nichts. Ich habe noch keine Musik auf dem Ohr. Eben. Und noch hörst du uns. Ach so, sagst du das jetzt, ne? Ach nee. Ja. Na verkehr. Na. Fer. Ja. Kehr. Na. Fer. Na. Kehr. Nahverkehr La Nah Nahverkehr Ja, super gut Man klappt, aber man muss ein bisschen suchen Willst du sagen, was für ein Lied du gerade auf dem Ohr hattest? Was? Das habe ich erkannt, was das war Oder was hast du gefragt? Ich war so laut, ich höre nichts mehr Möchtest du sagen, welches Lied du gerade auf den Ohren hattest? Welches Lied hast du gerade auf dem Ohr? Wie hieß denn der Text? Ohne Teller Ohne Teller von Patrick Star Ja, genau Guck mal, er hat extra Vielfachen Wunsch eines Einzelnen Ja, genau Okay, dann mache ich jetzt auch stumm Nein, nicht stumm Nahverkehr Aber nicht so laut, Nahverkehr Weil das kann immer sein, dass der andere das hört So, ich muss jetzt weggucken oder erst Oder wie? Ja, genau Ich mache jetzt erst mal auch Musik an Genau Weiß, das ist nur leiser Ja, es ist ja L, L ist ehrlich Na, La Ja, stimmt Ist ähnlich Na, La Na, La Na, La Na, jetzt schleppt es aber aus hier Das ist nämlich Ihr Lied Manchmal mache ich blau Mach mich breit auf der Kauk Ich mache dann einfach gar nichts und bin faul Ich mache blau Ich mache blau Guck, guck Fritten Fritten Vieh Fritt Viel Rie Von vorne nochmal Fritten Viele Fritten Man sieht das ähnlich, ne? Mach mal jede Silbe einzeln Fritten 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 Die erste Silbe Fritt 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 Vier Fritt Viel Fritt Fin Fritt Fritt T Fin Fin Fritt Fritt FIT FIT Fritten Nochmal Fritten Scheiße Fritten Den Ersten krieg ich das Erste. Fritten. Fe. Nochmal. Fe. Fe. Fi. So, ist aus. Wir lösen es auf. Was war das? Fritten. Aber das ist schwer. Ja, siehst du auch nicht. Nein, das ist das. Das ist so kurz. Ich habe versucht immer das. Also F. Fr. Ja. Ich habe immer Fi nur erkannt. Ja, siehst du nicht. Ja, ja. Ah, okay. T, N, L sind alle fast an der gleichen Stelle. L. T, N, L. T. Okay, mal gucken. So. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Ach. Das sage ich jetzt, ne? Ja, kleine Italiener, die wir von Napoli. Ist das laut genug? Am besten so leise reden wie so ungefähr, ungefähr in die Schlafstätte. Apfelschorle. Apfelschorle. Oh, das ist so. Nein, jetzt mal wirklich. Guck mal. Apfelschorle. Ja, das ist ein gutes Wort. Du siehst das P. Es gibt Sachen, die schwer sind. Ja, das stimmt. Den habe ich schon wieder gesehen. Du musst sagen, wenn ich weggucken soll. Du guckst alle weg. Ja, okay. Aber das, weil es vorne liegt. Ja. Ja. Okay, kannst du auch sehen. Kannst du auch sehen. Ja. Dann bei den anderen Worten auch durch den Kontext. A, E, I, O, E. A, E, O, E. Sehr gut. Wenn du dann Pi oder so. Ja. Das war einfacher. Ja. Fritten ist gemein. Eigentlich sagt man ja auch nicht Ten, sondern hm. Ja, ja. Ja, ja. Das auch. Ja. Kriegst du mal durch die Ohren. Ja. Ich guck mal jetzt so weg. Ja. Wir können nicht da. Das ist ein Fachbegriff. Das war klar. Ich schreibe das hier auf mein Handy und zeige es so. Ich glaube, das ist einfacher. Nein, ich wusste das, weil du hast es am Anfang gewählt. Ja, das wollte ich auch nicht haben. Das ist kein Allgemeinbegriff. Ja, ist schon ein bisschen spezieller. Ich habe es nicht gesehen. Moment, geht los, warte. Musik ab! Pantomime könnte man auch machen. Das wäre auch lustig. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben dann auch über eine Stunde Zeit. Das habe ich auch gleich geplant. Nagellack. Nagellack. Ich verstehe kein Wort. Manchmal kannst du die Buchstaben erkennen. Liegt das daran, dass es viele Vokale sind? Oder warum kann man das? Ja, aber so ein R zum Beispiel, siehst du nicht. Also, ob ich Brrrr oder Krrrr oder Zrrr mache. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, du darfst ja nicht zeigen. Ja, ja. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Ach so. Eine Runde noch. Was? Bitte? Hör mich nicht. Das wäre das Wort. Und mit dem Chat. Ja, ich muss tatsächlich die Brille aufsetzen. Und wie gesagt, leise sprechen. Ich kann es nicht ganz lesen. Die ersten... Da drüben? Was? Und wir können ja... Bambus-Leitung. Genau. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Das heißt... Hast du es schon mal gesehen? Bambus-Leitung heißt, wenn man gleiches Internet hat. Bambus. So wie in jenes Netz. Ich kannte den Ausdruck nicht. Habe ich jetzt wieder so ein schweres Wort? Nee! Extra für dich ganz klar. Und nur Bambus. Ich bin auch Apfelschorle oder sowas. Leichtes. Ohne Leitung. Ich mach mal was anderes. Ich mach mal. Merkel? Nein. Das kann man machen. Oh, Blitz. Stromleitung. Wie immer. Mach einfach. Alles gut. Versuch mal. Okay. Strom... Leitung. Strom... Leitung! Ja. Siehst du, es gibt bestimmte Sachen, die man besser sehen kann. War richtig? Ja. Ja, das war leicht. Also Strom habe ich gleich, aber Leitung war nicht so... Hättest du Bambus-Leitung gekannt? Bambus-Leitung. 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 Bambus-Leitung aus dem Internet. Ach, hör doch auf Mensch hier! Mensch! Wir sind doch ganz einfache Menschen! Wir kennen sowas nicht. Und was ist eine Bambus-Leitung? Eine Leitung aus Bambus? Schlechtes Internet sozusagen. Also das heißt, so wie du das E-Netz hast. Wie manche auch sagen, das E-Nes-Netz. So. Sondern es auch viele. Sagt man dazu Bambus-Leitung. Oder wenn du jetzt zum Beispiel nur eine Fünftausender-Leitung kriegen kannst, weil du jetzt in einem Dorf lebst. Dann sagt man dazu Bambus-Leitung oder Steinrohr-Leitung oder sowas. Ja, Spatzel. Das können wir nicht wissen. So. Zwei haben wir noch. Einmal ich und ich. Genau. Okay. Und dann stimmt's halt durch. Was war denn das für ein Lied? Das war ja mega lustig. Ja, das war... Großer Hai oder sowas. Baby Hai. So geil. Ja. So. So. Jetzt könnt ihr euch ein Wort auch gleich aussuchen. Oder du. Ach so, du bist dran. Nee, ich bin dran. Ich hör doch gerade... Ach so. Ja, ein bisschen Musik. Das krieg ich zu hören. Okay. Alles klar. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich glaub ich nicht. Ich hab dich. Gumihose. Hm? Lametta. Lametta. Gumihose. Lametta ist schwer, ich glaube. Ja, das ist nicht schlafen. Okay, oder hast du eins? Nene, mach dir mal. Okay. Eigentlich ist es ein Begriff, daraus zu nehmen, aus dem Blüten. Hast du nicht angetroffen? Aber nichts Versautes. Oh Gott, es ist schwer. Ja, Uschi. Wie? Nee, das ist zu einfach. Ja, ist auch einfach. Ist alles versaut daran, deswegen. Ja. Sowas Lammes? Gummise. Das war nicht schlecht. Gummihose. Das ist schwer, ne? Ja, aber... Gummihose. Gummihose. Ja, und das zweite? Hose. Gummihose. 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 einmal mach mal so und dann musst du damit ihr wisst warum ich so reagiert habe jetzt letztes so hat Daniel ein Wort das habe ich nicht gesehen sehr schön Mutterseelen mit Muttern ist was zu tun Bundeskanzlerin Bundeskanzlerin noch mal die ersten beiden Bundeskanzlerin 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 aber das war echt schwer ihr Lieben ihr hattet Geduld mit uns aber auch ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war das letzte Video in diesem Jahr. Wir hoffen, dass ihr das Jahr gut überstanden habt und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und gehen jetzt in unsere Winterpause und sehen uns dann am 13. Februar 2022 wieder. Also bis dann. Viele liebe Grüße, Santiago und sein Team. Ja, bis dann. Tschüss.